Livia ist jetzt natürlich unfassbar verzweifelt. Und sie weiß, es gibt nur einen Ausweg. Sie müssen wieder fliehen. Das ist der 15. Part meiner Okkult-Baby-Challenge. Viel Spaß! Wir haben Dienstag 8 Uhr früh. Livia ist gerade von ihrer Arbeit nach Hause gekommen. Und jetzt unterhält sie sich mit ihrem Bruder Ivo. Ivo ist gerade dabei, für die ganze Familie Frühstück zu machen. Und irgendwie stellt er sich dabei gar nicht so gut an. Heute haben wir tatsächlich einen Feiertag. Und zwar feiern wir heute den Vorabend von Weihnachten sozusagen. Das heißt, die Familie wird dekorieren. Wir werden für festliche Beleuchtung sorgen. Und außerdem herrscht schon festliche Stimmung. Denn morgen ist dann das wirkliche Winterfest. Dort gibt es dann auch Geschenke, ein Festtagsessen. Und natürlich kommt auch Väterchen Frost vorbei. Ich hoffe, es läuft alles nach Plan. Und während Ruby in der Schule ist, muss Livia natürlich auch die Zeit nutzen, um Ivo alles von Jonas zu erzählen. Im letzten Part waren wir ja noch in Solani. Und Livia ist Jonas dabei näher gekommen. Und sie hat sich auch etwas überlegt. Sie möchte nämlich, dass Jonas heute auch vorbeikommt. Und dass sie dann gemeinsam als große Familie sozusagen den Feiertag verbringen. Ich bin schon sehr gespannt, was Ruby davon halten wird. Und deshalb wird Livia Jonas jetzt gleich mal eine SMS schicken. Und ihn einfach fragen, möchtest du uns eventuell heute besuchen kommen? Ich würde dir auch schon meine Kinder vorstellen. Wenn man bedenkt, dass sich die beiden erst kennengelernt haben, wirkt das Ganze natürlich ein wenig überstürzt. Aber ich schätze mal, er kann Livia einfach nicht widerstehen. Und nun haben wir 15 Uhr und Ruby ist gerade von der Schule nach Hause gekommen. Sie ist mittlerweile eine gute Schülerin. Sie hat nämlich tatsächlich mal ihre Hausaufgaben gemacht. Und außerdem haben wir auch das Schulprojekt abgeschlossen. Und als sie durch die Tür kommt, wundert sie sich gleich mal, was hier los ist. Hier am Tresen stehen nämlich Eier und Toast. Dann haben wir noch frittiertes Gemüse. Dann ein Truthahnfest mal. Und auch noch einen Winterkuchen. Und Ruby riecht jetzt natürlich, dass er etwas faul ist. Es könnte natürlich sein, dass ihre Mutter dieses Festessen wirklich nur für die Familie gemacht hat. Aber irgendwie bezweifelt sie das. Oh no, was war das für ein Geräusch? Oh mein Gott, wir sind verstorben. Nein, Gabriel. Hallo Ivo, ich rufe dich an, um dir mitzuteilen, dass Gabriel Walter von uns gegangen ist. Mein aufrichtiges Beiler zu deinem Verlust. Unser Gabriel ist an Altersschwäche gestorben. Das heißt, Emma ist wieder ganz allein. Ich meine, sie hatte zumindest ihr Happy End mit Gabriel. Und die beiden haben wir schlussendlich doch noch zueinander gefunden. Aber es ist trotzdem unheimlich traurig. Ivo wird sich hier in seinem Bett jetzt mal ausreulen. Er wäre jetzt natürlich unheimlich gern für seine Mutter da. Aber er weiß auch, dass das nicht geht. Unsere Livia trifft das Ganze natürlich nicht zu. Gabriel war immerhin Ivos Vater. Und Ivo hatte mit ihm jetzt auch natürlich mehr zu tun als Livia. Und für Livia war er in Wahrheit nur einer der vielen Männer ihrer Mutter. Das klingt jetzt ziemlich hart, aber es war für sie eben genau so. Ruby hat Unterschwellig natürlich wieder mal mitbekommen, dass da irgendetwas faul ist. Und warum steht ihr überhaupt zu viel Essen? Sie wird ihre Mutter jetzt einfach mal fragen, was eigentlich los ist. Und deshalb wird Livia ihrer Tochter jetzt verkünden, dass heute eine kleine Feier stattfinden wird. Und ein sehr besonderer Mensch vorbeikommen wird. Nämlich Jonas. Den hat sie in Sulani kennengelernt. Ruby findet das Ganze tatsächlich nicht so toll und wird ihre Mutter jetzt einfach mal kurz anbrüllen. Sie kennt sich einfach gar nicht mehr aus. Warum gibt es da schon wieder einen neuen Mann in ihrem Leben? Was ist eigentlich mit ihrem Vater? Warum hat ihre Mutter so viele Geheimnisse? Sie kommt einfach nicht mehr klar. Aber Livia ist eben Livia und lässt sich von ihrem Plan natürlich nicht abbringen und wird ihn deshalb auf einen Übernachtungsbesuch für einen Tag einladen. Ich bin schon sehr gespannt, was Ruby davon hält, wenn sie mitbekommt, wie besonders dieser fremde Mann für ihre Mutter ist. Und da kommt er auch schon durch die Tür und sie hat ihn gleich mal willkommen geheißen. Dann wird Ivo sich einmal freundlich bei ihm vorstellen und die skeptische Ruby wird sich dann natürlich grob bei ihm vorstellen. Die beiden scheinen sich wirklich toll zu verstehen und Livia wird ihrer Tochter natürlich zu verstehen geben, dass das nicht cool war und wird ein wenig mit ihr nörgeln. Und nun sitzt die ganze Familie hier zusammen und alle unterhalten sich prächtig. Wäre da nicht Ruby, die sich furchtbar angespannt fühlt, weil dieser fremde Mann hier ist? Ihr passt es absolut gar nicht. Sie wird sich bei ihm jetzt einfach mal über das Winterfest beschweren. Dann wird sie einmal über sein Outfit spotten und wird einfach sagen, wir haben alle so schöne Sachen an und du trägst einfach nur einen Pullover. Was ist eigentlich los mit dir? Und dann wird sie ihn nochmal unterschwellig beleidigen und ihm einfach das Gefühl geben, er ist hier nicht erwünscht. Sie macht immer, immer weiter und wird sich über alles beschweren, ihn beschimpfen. Sie wird sogar seine Mutter als Lama bezeichnen. Also sie macht einfach alles, was ein Kind definitiv nicht machen sollte. Und das geht sogar soweit, dass er aufgestanden ist und sich von ihr entfernt. Livia wird jetzt einmal versuchen, ein sehr persönliches Gespräch mit ihrer Tochter zu führen und ihr einfach erklären, dass das so nicht geht. Sie wird ihr aktuelles Verhalten maßregeln und zwar wird sie sie bestrafen und wird eine Auszeit anordnen, weil sie gemein ist. Also sie schickt sie jetzt einfach auf ihr Zimmer und sagt, Ruby, das geht so nicht. Du kannst dich nicht einem Verwachsenen gegenüber so verhalten. Das hat die gesamte Stimmung natürlich ein wenig zerstört. Der Truton stinkt mittlerweile schon. Akira ist am Weinen und Ruby befindet sich in einer Auszeit. Das ist ein großartiger Feiertag. Eigentlich hatte Ruby sich schon unglaublich auf das Winterfest gefreut und sie wollte so gern den Baum mit ihrer Familie schmücken. Aber dieser fremde Mann hat ihr einfach alles verdorben. Und deshalb ist sie auf ihr Zimmer gerannt und wird jetzt ins Bett gehen. Und der Baum für heute bleibt ungeschmückt. Und nachdem Ivo und die Kinder ins Bett gegangen sind, verbringen Livia und Jonas gemeinsam noch ein paar romantische Stunden. Mittlerweile verstehen sich die beiden wirklich, wirklich gut und eins wird zum anderen und die beiden haben ein Techtelmechtel. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee war, aber möglicherweise haben wir jetzt schon bald ein Meerjungfrauenbaby. Und nun haben wir 8 Uhr früh. Ruby ist gerade aufgestanden. Heute ist ja Winterfest, das heißt sie hat keine Schule. Ihre Mutter und ihre kleine Schwester sind auch noch am Schlafen. Aber Ivo und Jonas sind schon wach. Eigentlich hat Ruby heute ja keine Schule, aber es nervt sie so unheimlich, dass diese Jonas da ist, dass sie einfach nur raus will. Aus diesem Grund wird sie jetzt etwas erfinden und erzählt einfach, Auch Onkel Ivo, ich muss heute in die Schule, wir haben ein besonderes Projekt geplant und ich muss da noch etwas mit meinen Freunden gemeinsam machen. Bitte richte das Mom aus, sie schläft ja noch. Ich bin bald wieder da, okay? Und er sagt natürlich, klar Ruby, gar kein Problem, richte ich ihr aus. Wie ihr euch vermutlich schon gedacht habt, Ruby fährt nicht in die Schule. Im letzten Part hat Ruby hier im Kunstzentrum ja weiter über okkulte Wesen recherchiert und ist dabei auf Vampire gestoßen. Um genau zu sein, hat sie etwas mehr über Forgotten Hollow erfahren. Und weil die Situation zu Hause immer unerträglicher wird, weil ihre Mutter sie nervt, weil da dieser komische Jonas ist und ihre kleine Schwester einfach die ganze Zeit anstrengend ist und weint, hat sie sich dazu entschieden, ihren Vater ausfindig zu machen. Und als sie hier in Forgotten Hollow ankommt, weiß sie natürlich gar nicht, wo sie hin muss oder wo ihr Vater wohnen könnte. Deshalb reisen wir einfach hier mal in diese Bar. Unser kleines Mädchen reist gerade in eine zwielichtige Vampirbar. Da kann auch gar nichts schieflaufen, oder? Normalerweise ist unsere Ruby ja eher schüchtern, aber sie hat eine Mission. Wir gehen einfach gleich mal zum Mixer und werden uns bei ihm einfach mal freundlich vorstellen. Dann wird sie ihm einfach mal nach seinem Tag fragen, fragen wie lange er hier schon arbeitet und wie viel er eigentlich so über diesen Ort hier weiß. Aaron sieht jetzt nicht unbedingt aus wie ein Vampir und das verunsichert Ruby jetzt ein wenig. Denn wenn er kein Vampir ist, möglicherweise stimmen dann die Gerüchte gar nicht. Und vielleicht gibt es hier in Forgotten Hollow gar keine Vampire. Sie versucht immer mehr aus ihm herauszukitzeln und erzählt ihm eine unglaubliche Geschichte, dass sie eben gehört hat, dass übernatürliche Wesen hier leben und ob er da zufällig etwas davon weiß. Aber Aaron scheint nichts davon zu wissen oder er möchte nichts davon wissen und ignoriert alle ihre Fragen. Als nächstes versucht Ruby hier ihr Glück bei Yannick und hier haben wir Kyle und dann haben wir hier außerdem noch Noah. Aber wiederum, niemand möchte über die angeblichen Vampire sprechen. Etwas enttäuscht verlässt unsere Ruby schließlich die Bar und spaziert hier in Forgotten Hollow einfach ein wenig herum. Und dann entdeckt sie diese Statue, die sie sich auf jeden Fall näher ansehen muss. Das ist eine Statue von Vladislaus. Er war einer der Großmeister der Vampire. Und so schaut sie weiterhin auf diese Statue und plötzlich kommt dieser fremde Mann auf sie zu. Er sagt, er kann seinen Augen kaum trauen und fragt, bist du wirklich Ruby? Bist du es? Bist du meine Tochter? Und Ruby ist zuerst natürlich ein wenig skeptisch, aber einerseits sieht sie die Ähnlichkeit und andererseits erzählte ihr so viel über Livia und Livias Vergangenheit, wie nur ihr Vater wissen könnte. Und unsere Ruby ist nun überglücklich. Sie kann es gar nicht glauben, dass sie endlich ihren Vater kennengelernt hat. Und sie versteht absolut nicht, wieso ihre Mutter nie wirklich was von ihm erzählt hat. Er scheint doch so lieb zu sein. Oder etwa nicht? Und nun meint er, er würde ihr auch unglaublich gern ihren Onkel vorstellen. Und so reisen die beiden zu seinem Zuhause. Und als die beiden hier ankommen, kann Ruby es gar nicht fassen. Ihr Vater lebt in dem schönsten Haus, das sie jemals gesehen hat. Und sie ist so unfassbar aufgeregt, endlich einen anderen Teil ihrer Familie kennenzulernen und stellt sich gleich bei ihrem Onkel Mirko vor. Und so sitzt Livia mit ihrem Vater und ihrem Onkel hier auf der Couch und die beiden erzählen ihr einfach alles, was sie missen möchte. Sie kennt das so gar nicht, denn die beiden wirken von Anfang an ganz ehrlich. Sie erklären ihr, dass sie Vampire sind und dass auch sie eine Vampirin ist. Sie erzählen ihr die Vorteile und die Nachteile ihres Lebensstils. Und nebenbei fragen sie sie auch immer mehr über Livia aus. Sie möchten wissen, wo lebt deine Mutter, was macht deine Mutter, wie sieht deine Mutter jetzt aus, hat deine Mutter Kontakt zu Wehrwölfen. Sie stellen ganz schön viele Fragen und langsam findet Ruby das ein wenig merkwürdig. Ein wenig misstrauisch ist Ruby zwar schon, aber hauptsächlich ist sie glücklich. Endlich hat sie ihren Vater kennengelernt. Das wollte sie schon all die Jahre. Und nun ist sie gerade dabei, sich hier im Haus ein wenig umzuschauen. Sie hat nämlich gerade diese Bibliothek entdeckt mit all den großartigen Büchern. Und als sie gerade dabei war, sich ein Buch auszusuchen, das sie lesen könnte, überhört sie plötzlich eine Unterhaltung aus dem Nebenraum. Ihr Vater und ihr Onkel haben wohl unterschätzt, wie dünn die Wände hier sind. Und was machen wir jetzt mit ihr? Mit wem? Meiner Tochter? Die wird natürlich bei uns wohnen. Was glaubst du denn? Ruby meint sich nicht. Natürlich bleibt sie bei uns. Aber was machen wir mit Livia? Na, was werden wir wohl machen? Das gleiche mit ihrer dämlichen Freundin Sora. Die steht uns sonst nur im Weg. Aber Ruby darf das alles natürlich niemals erfahren. Und mehr als das will und muss unsere Ruby gar nicht hören. Sie stürmt so schnell sie kann nach draußen und weiß, ihre Mutter hatte recht. Sie hätte ihren Vater niemals suchen dürfen. Und so verschwindet sie so schnell wie möglich zurück nach Brindleton Bay. Mittlerweile haben wir auch schon mitten in der Nacht. Ihre Mutter hat sich unfassbare Sorgen gemacht. Und wie wir nun wissen, zu Recht. Denn Ruby war tatsächlich bei den Vampiren. Und so stürmt sie so schnell sie kann ins Haus. Und sie läuft zu ihrer Mutter, entschuldigt sich und sagt, Mom, ich habe Mist gebaut. Ich war in Forgotten Hollow. Und mein Vater weiß alles. Und Livia ist jetzt natürlich unfassbar verzweifelt. Und sie weiß, es gibt nur einen Ausweg. Sie müssen wieder fliehen.